Wir sind viel zu früh da. Wir fliegen heute über Istanbul nach Nezah. 4 Uhr morgens in Istanbul. Let's go! Wie geil wäre das jetzt, hier einen Gym zu haben. Oder zumindest so eine große Fläche oder so eine Area, wo man so Dauerbau machen könnte, 6-10 Minuten. Das ist auch cool, oder? So eine kleine Soul-Cycle-Class am Morgen. Und dann einmal duschen und dann abbrennen den Tag. Okay. Es ist 5 Uhr morgens in Istanbul und es haben einfach die Läden schon offen. Ich hätte schon mal um 5 Uhr shoppen gegangen. Jetzt guck, dafür habe ich hier mal Energie. Ich versuche hier nur Ordnung. Dann sind wir gerade in Saint Laurent entkommen und dann ist hier noch eine Corner. Das ist eine weitere Episode von And This Is How I Missed My Flight. Ich habe noch nie ein Flutverpasst. Ich würde sagen, du kannst gut rennen, Schatz. Schlecht. Meine Mutter würde sagen, frech. Schnell. Danger. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Jetzt gehen wir. Gehen wir auch. Nach der Pizza. So, bist du fit? Ich sehe schon, dass du meinst. Es ist bei uns 10. In Soli schon 17 Uhr. Oh, wow. Fitnesslevel. So, geile Oatmeal. Was auch immer das ist. Eigentlich ist es, ehrlich gesagt, sind es einfach nur Kekse. Die haben Oatmeal draufgeschrieben. Oh, jetzt esse ich was gesungen. So süß und so zuckerig. Das ist was Neues probieren. Ich trage erst Gattarelli. Oh, geil. Oh, geil. Schlecht. Was Spannendes. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Caro, gehen wir jetzt hin? Jetzt wird hier geshootet für BMW. Schauen wir mal. Und turn. Okay. Wir sind jetzt gerade im Kampf. Zu den Filmfestspielen. Es sind so viele Leute hier. Das ist so... Ich weiß auch nicht. Die Energie ist so wild. Aber ich bin auch irgendwie... Vielleicht ist mein Gehirn noch so ein bisschen... Ja. Wir haben jetzt ein Shooting für BMW. Da schulen wir die neuen i7. Und dann geht es auch schon wieder zurück zum Hotel. Und dann heute Abend den Red Carpet. Wir gehen zu Indiana Jones. Mit Harrison Ford. Ich bin... Wir schulen hier gerade für hier. Wir machen heute Haaren. Philipp macht heute Haaren. Bonjour. Erika und Erlen machen Make-up. Hallo. Bonjour. Und hier wird gerade Tiffany-Jewelry gebracht. Schiek. So... Das ist es. Ja. Das ist wie ich gehe. Denn du möchtest Bronzer. 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 Siehst du? Du hast kein Numero für die Fahrt? Siehst du? Siehst du? Ach, jeder Fahrt hat ein Numero für die Fahrt? Nein, nein. Es gibt kein Numero für die Fahrt. Das sind die? Hallo? Alles gut? Alles gut und dir? Wie viel Französisch? Hast du jetzt verstanden? Du? Hast du noch verstanden? Nein, nein. Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was denn? Problem? Vielleicht findet ihr, dass ihr jemand im Vlog keine kommentieren. Kommentiert jetzt. Was hat dieser Mensch gesagt? So und jetzt checken sie nämlich die Autos. Aber ich habe doch was Hoch-Explosives mit mir. Das bist du? Ich habe gleich aufgecheckt, aber hoffentlich nicht hier unten. Ich muss so mein Schlipper ausziehen. Wie ist die Lage? Das ist immer der schrecklichste Moment. Ich würde es auch noch hinter mich bringen. Wie viele Leute sind das hier? Meine Güte. Nervös? Nee, aufgeregt nicht. Das ist einfach... Verrückt. Hey, let's go! Moin, das ist einfach! Vor allem! Il ist auf der Unterverteid! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.